Musik So, hallo Der Livestream beginnt, wir zocken ein bisschen Road to Commander weiter Ich hab ein Spiel gespielt, aber bin losgegangen, weil ich mich erinnert habe, dass ich hier Ähm, gar nicht aufsteigen darf, aber bin immer noch Level 26 zum Glück Deswegen, ja, mal sehen, wie lange das Stream geht, ich hab die DLC Packs gelöscht Weil, äh, ja, wir alle Drohungen nehmen Und, äh, ich denke nicht, dass er jetzt so lange gehen wird, aber ein bisschen würde es schon gehen Ein bisschen geht klar Der Pisser, der hat Last Stand, der Bastard So Ah, verdammte Scheiße, ich hasse es, in so Spiele reinzukommen, wo die Verbindung scheiße ist Äh, ich guck mal gleich, ich mach jetzt ein Game Wenn irgendwas nicht stimmen sollte, keine Ahnung Vielleicht bin ich ja zu laut, vielleicht ist das Game zu leise Vielleicht ist das Game zu laut, ich hab keine Ahnung Dann, ähm, werde ich das nochmal korrigieren Aber nach dem Spiel erst Das mach ich nicht mehr im Spiel, das mach ich nur noch nach dem Spielen Dann, ja, da könnt ihr mir sagen, was das Problem ist Und dann schau ich mal nach Na, genau, wir nehmen alle Drohungen und sind glücklich damit Ja, auf jeden Fall So Wow Und ich bin einfach, dass diese Map endet Ich hab gar keinen Bock, hier drauf zu spielen, bin ich ganz, ganz ehrlich Gar keine Lust Wir sind sogar am Verlieren, obwohl der eine einen Hubschrauer schützen hatte Was für ein Scheißerbau Nein, für tot Weil ich wusste, dass ich sterbe Ist mir egal, ich will diese Scheiß-Map nicht mehr spielen Mein Gott, ich bin doch gerade erst gespawnt, Alter So Ich laufe mal ab, wozu meine euren Kommentaren Habt die Fälle, du loser Wow, cool Dann hab ich mich handelt, den Bastard So So, der eine kommt von hinten Oh, Prams So, wir fahren mal den Samtex da hin Da ist der Typ, ist der Dünne Oh Hi Nein Ach, fuck Lass mal mitspielen, nö Leute, ich schau mir eure Kommentare erst danach an, okay Ich mag ja das Livestream Weil ich halt besser mit den zu... Oh, cool, ich hab nen Kill Kann ich sie überhaupt nicht einfach enden? Gibt es hier irgendwie so ein Code irgendwie Womit man das hier zum Enden bekommt Ich weiß nicht, was der Typ da macht, aber der nennt wahrscheinlich Drogen Wow, Teammates Die Connection ist auch total Bullshit, muss ich sagen Muss ich ja ganz ernsthaft gestehen So, eigentlich sollte alles gut klappen, denke ich Geh mal weg mit deiner scheiß A12-Pistole, lern spielen Oh, da haben wir die Predator, da geht Oh, oh, da ist einer Sorry, my friends Du gehst heute niemanden mehr Legst du das hoch? Ich weiß nicht, ob ich das Hochlade mal sehen Je nachdem, wie ich mich fühle Wenn es zu lange ist, es dauert Naja, es geht Wo soll ich die hin tun? Ich fach die mal hier hin Keine Ahnung, wo sonst Ich warte hier kurz Weil solche Wichser aufkommen Oh, cool Yeah Motherfucker, Alter Ich stehe an mir Pisser Oh, mein Gott Ich bin so schlecht mit der AA-Dingstar Eieieieiei So Ich mache einfach Ich spiele einfach irgendwie Ich gebe mir nicht mal Mühe Ernsthaft nicht Ich schwöre, ich gebe mir nicht mal Mühe Ja, weil solche Pisser wie der Sowieso alles runterschmeißen Wow, alles ist schon wieder unten Ich habe gerade meine Killstreaks bekommen Alle sind wieder weg Unglaublich, Alter Was für ein Motherfucker aber auch, Alter Was für ein Motherfucker Oh Ich kann mir voll geil vorstellen, dass Man, ähm Man Zombies hier livestreamen könnte Das wäre richtig geil War richtig cool Richtig, richtig cool Oh, fuck Hör auf zu laggen Mein Gott, ey So, mal sehen Ob hier noch einer langkommt Ich denke, hier ist einer drin 100 Pro ist hier einer drin Oder auch nicht So Nein, was? Ja, okay Endlich, endlich So Ja Leute, hakt euch Leute Wer natürlich sofort blockiert Das geht gar nicht klar, meine Freunde Das geht gar nicht klar Ob ich danach LOL spiele? League of Legends Ist das Spiel, das Spiel gar nicht mehr Das ist eine Zeitverschwendung Bis zum geht nicht mehr Habe gar keine Zeit für sowas, Leute Gar keine Zeit für sowas Gar keine Zeit Kannst du bitte Zombie streamen? Nope Heute nicht Das kann ich jetzt schon sagen Der Stream wird auch keine 10 Stunden gehen Vielleicht eine halbe Stunde Eine Stunde oder sowas Keine Ahnung Wie ich halt Lust habe Kannst du Oplobby machen? Nope Habe gar keine Lust drauf Ist mir viel zu anstrengend Was ist mit Gamescom? Bin ich dieses Jahr nicht drauf Du Lauch Danke gleichfalls Beste Cam Äh, das ist Meine Alte wieder Das ist meine Alte erstmal Weil meine neue Die hat immer mit ein paar Schwierigkeiten Ich weiß nicht, was damit los ist Aber irgendwas stimmt da nicht Wirst du mal in Italien? Oh, ich frag wahrscheinlich Ob ich mal nach Italien fahre Ich weiß nicht Vielleicht Zeig Sixpack Zeig ich in zwei Wochen Da bin ich mit meinem Training fertig Ich liebe dich Naja, also Okay Ich bin dein größter Fan Okay, cool, nice Bin voll glücklich Snickers-Eis Ja, man Richtig geil Ich liebe Snickers-Eis Zock nachher mal BO2 Äh, heute nicht mehr Ne Ich will auch gar nichts mehr versprechen Äh, ja, sorry Leute Meine Frisur ist gerade extrem scheiße Ich, ähm Sehe aus wie ein Penner Um ganz ehrlich zu sein Weil, keine Ahnung Ich weiß selber nicht Ja, neues Mikro Die Qualität ist sehr, sehr einzigartig Aber ich finde sie nicht schlecht Ich finde sie nur sehr einzigartig Und normalerweise bearbeite ich meine Stimme So immer ganz wenig So ein bisschen Compressor rein So ganz wenig Damit man sie ein bisschen deutlicher hört Äh, aber in diesem Fall Ist es doch wirklich so Dass ich im Livestream Kann ich sie gar nicht so richtig bearbeiten Zumindest nicht, dass ich es wüsste Und deswegen ist sie halt nun mal Das ist die rohe Stimme jetzt Also wenn ich meine Stimme nicht bearbeite Mit dem Mikro Ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig Und kann ich auch verstehen Wenn es ein paar Leuten nicht gefällt Aber, ähm So ist das Leben Das kann nicht jedem alles gefallen Genauso wie nicht jeder Droge Jedem gefällt, ne? Genau Wie lange streamst du? Wie gesagt Ich stream mir nicht so lange Nur ein bisschen So ganz, ganz wenig Mein Mikro sieht aus wie ein Schwanz Ja, das stimmt Gott, hier sind aber wenige Leute drin Hoffentlich joinen noch ein paar Leute rein Jetzt, wo ich die Mapbacks gelöscht habe Und ich dachte, das wären zwei Headshots gewesen Schade Bin ich ganz, ganz taurig So, mal sehen, ob wir hier ein paar Leute bekommen können Es wird noch einen Tag geben Wo ich die Destiny-Betas spielen werde mit euch Oh fuck Jemand ist hinter uns, meine Freunde Ja, du brauchst dich gar nicht von hinten dran zu schleichen Du bist nicht die Mate Keiner mag dich Mein Gott, ey Ich bin so taurig Scheißegal, du Pisser Scheißegal Keiner mag dich Was? Oh mein Gott, wie? Wieso bin ich so schlecht? Keine Ahnung Ich kann das nicht nachvollziehen Nein, von hinten Fuck Darf ich dir einblasen? Natürlich darfst du mir einblasen Jeder darf das Spaß Diese Fragen heutzutage Verdammt, feinliche Aufklärungsdrohnen Das ist alles andere als gut in dem Moment Wir müssen gegen die Aufklärungsdrohnen ankämpfen Sonst werden sie unsere Welt erobern Oh fuck Nein Nein So, verdammt So Hi, Teamate Hey, ich bin so glücklich, dich nicht zu sehen Du nimmst Drogen, Teamate Du nimmst Drogen Nein Diese Sniper, Alter Gehen die mir auf die Nerven aber auch, Alter Gehen die mir auf die Nerven Ich wurde eigentlich am Stream, aber Ich hab keinen Bock mehr zu warten Jedes Mal abends Da und da und da Hab ich gar keinen Bock mehr zu Um ganz, ganz ehrlich zu sein Deswegen stream ich einfach jetzt Oh Gott, dieser Typ hatte Konnte durch die Wand schießen Der Bastard So Hier ist hundertprozentig einer Hundertprozentig Prozent, also Genau Oh Gott, wieso kriege ich keine Kills ab? Mein Gott, Alter Dem Team zu folgen, ne Das ist so eine Schande Ich bin gar kein Teamspieler Gar kein Teamspieler Ich spiel lieber alleine Ich spiel auch nie mit Leuten Falls euch das aufgefallen ist Das liegt nicht daran, weil ich keine Freunde habe Das liegt daran, weil ich einfach viel, viel lieber alleine spiele Viel, viel lieber Verpiss dich, du Motherfucker, Alter Was denkst du, wer du bist? Übrigens, das ist die M16 Sehr, sehr ähnliche Waffe wie die Farmers Verdammt ähnliche Waffe Aber die Farmers ist trotzdem noch Wesentlich besser Nicht nur vom Style her Sondern auch von Von allem her Und es lag ein bisschen Sorry dafür Und das liegt nicht am Stream Nein Oh, fuck Einmal mit, mal bitte Okay So, genau Wir nehmen meine Drogen und singen glücklich Ja, glücklich Nee, willst du schießen? Der Typ ist tot Ey, komm schon Was? Ach, es lag Wieso lagst du so scheiße, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Ihr Missgeburten Mein Gott Ich hasse es wirklich, wenn es lag Es nervt einfach Ich brauch da gar nicht lang zu gehen Ich sterbe so oder so sonst Ich geh mal hier außen lang Team-Mate, verpiss dich Mach das ernst Team-Mate Verpiss dich Ich mein das ernst Mach keine Scherze mehr mit dir, Team-Mate Mach keine Scherze mehr Oh, gut gemacht Die Mate Kill ihn doch hier, Mann Was zum Teufel Leute Mein Gott Gehen die mich auf die Nerven, Alter Es nervt Ich ziehe gar keine Kills ab Meine Team-Mates nerven Mein Gott Ja, jetzt sterbe ich Kurz vor der Na, läuft bei mir, Alter Kurz vor der Dingser Sterbe ich jetzt noch Mein Gott Allgemein ist so eine Scheiß-Verbindung Ich hab zwar vier Stiche Aber irgendwie, ich weiß nicht Es ist halt nicht so gut irgendwie Außerdem nerven meine Team-Mates Diese Pisser Aber das kommt davon Wenn man nicht spielen kann Das ist normal für die Nein Jesus, bitte Spiel doch vernünftig, Alter Wenn ich jetzt mal Ninja habe Werde ich so viel Beziehungsweise die Atommombe Ich hätte schon längst haben können Die Atommombe Bin ich sauer Aber auch, dass ich sie nicht freischalten kann Vielleicht aber gar nicht so schlimm So, der Typ-Panther-Sinn, ne? Verdammter Loser, Alter Komm schon Gib mir meine Dings da Bitte Bitte gib mir meine Predator Ah, Nase juckt Ich liebe, dass wir Nase jucken Nase jucken Ist echt cool Wenn man dann krass sehen kann Ja Oh mein Gott Kurz vor der Predator Ach Gott Ja, ich merke schon Der Stream wird nicht lange gehen Außerdem ist er warm Heiß Ich schwitze ganz, ganz tolle, ja Oh, da kommen 10 Stück Und es lag Wenigstens gewinnen wir Ich denke, ich werde die Lobby danach verlassen Erstmal Mir ist warm Komm schon Mach den letzten Kill so Bitte, 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 bitte Schade Das klappt nie So Sehr schön Sehr schön Erkennt Sehr, sehr schön Gut, was haben wir hier? Halt's Maul, Herz Alles klar Spamt mal nicht Genau Ihr sollt nicht spammen Hört auf ihn, bitte Hört auf ihn, ganz tolle, bitte Dann, ich hab deine Drohnen geklaut Gib sie mir zurück, du Bastard Videotay Kommst du hin, Danny? Nein, Mann Ich hab wirklich viel zu tun dieses Jahr Ich kann da nicht hinkommen Leider geht das nicht Es ist echt schwer manchmal Muss ich ganz ehrlich gestehen Sehr, sehr schwer Alles immer zu schaffen, Leute Das geht einfach nicht Das ist echt sehr schwer So Subbase Sehr, sehr schöne Map Ich liebe die Map Und das ist die Scheiße Hätte ich nicht Payflow freigeschaltet Hätte ich jetzt Eine Atombombe Ja, fuck, man Fuck my life, Alter Hätte ich viel bessere Killstreaks jetzt Ich brauch hier nur Hubschraubenschütze oder A200 Ich hab keins von beiden Und er ist in 8 Leveln 8 Level Weil wir Bin ich 35 Fuck Oh, ich hab die Map Sogar aus Versehen gewechselt Wie dumm Denn ich spiel Herrschaft Nö Bitte wechsel nicht die Map Okay Sehr schön Dann bist du cool Klar bin ich cool Ich bin der coolste der Welt Oh Gott Meine Cam nerven mich Die ist so komisch In dem Moment Was ist denn da los, Alter Ich pack die mal ein bisschen Weiter nach da, glaube ich Muss das So So, jetzt bin ich Bisschen in der Mitte Wenigstens vom Rahmen So, was nehmen wir Nehmen wir die Taten Wie immer eigentlich Da ist eine saugelle War vor einer Meine Lieblingswaffen hier im Game Bisschen OP, aber Welche Waffen ist es heutzutage nicht Das kann ich euch sagen Gut So Ersten Kill geholt Nein, was Also das will ich jetzt sehen Das war's auch Ah, wow Fuck Oh, seit war das knapp Nice Okay Danke, dass du mich Aufhältst, Digga Ich weiß es zu schätzen Das ist nicht mal mein Herrier Fuck, Alter Ah, eine Sache Hab ich vergessen Die Leute joinen nämlich nach Die wollen ganz cool sein Die Missgeboten Das ist das Wichtigste Wenn man Livestreamt Als YouTuber Sich immer offline zu stellen Anders geht's gar nicht Anders geht's Nämlich gar nicht Ja, genau Ja, Aiming Muss man auch lernen Das ist schwer Nein, nein Oh, links von mir Fuck Verbündeter Helikopter Komm Was Wieso lagt es denn Ich hab die Lobby gar nicht Gewechselt Fuck Ja Lass mich kurz mal die Lobby wechseln Es lagt Es nervt ein bisschen Auch wenn ich gerade gut Abschnitten habe Aber es nervt wirklich Ich würde mal gerne Sowas wie Highrise spielen Und das Gute ist jetzt Wenigstens wird jetzt Oben rechts gezeigt Ja, Afghan Geil, Mann Geil, Mann Ich bin bei dir im Game Ja, dann verpiss dich, Alter Spaß Wenn du so reingekommen bist So aus Zufall Dann bitte schieß mich auch nicht die ganze Zeit ab Sondern spiel doch einfach normal Wo ist das Problem, Alter Einfach normal spielen So, könnt ihr mir nicht helfen Einfach meine Streaks zu bekommen Ich meine, ihr könnt mir einmal kurz zeigen Dass ihr mich kennt Einmal kurz anschießen Oder sowas Und wenn ihr mir dann hilft Dann ehre ich sogar Euch Ehre euch euch sogar Aber wenn ihr mir nicht hilft Dann bin ich einfach aus dem Lobby weg Was bringt euch das? Bringt euch gar nichts Das Sound ist ein bisschen zu laut Alles klar Dann mache ich den gleich ein bisschen leiser Du bist zu leise, was? Nein, das Mikro ist nicht scheiße Das Mikro ist gut Das ist halt sehr, sehr gewöhnungsbedürftig Ich kann dagegen nichts tun Ist halt so Muss man leben mit So, ein bisschen bessere Connection Ist leider immer noch nicht so toll Fuck Ah, das ist ein Teemate Okay Fuck So, der Typ ist tot Fuck, nein Ich wusste, dass er da drin ist Alter Der scheiß Piss, alter Wer jetzt bei dem Livestreams zuguckt Der hat halt Pech gehabt Weil ich bekomme dann immer Verschwerden Ja, Danny Ich hab's doch gar nicht geschafft Ich war doch gar nicht da Dieser Pisser Geh mir nicht auf die Nerven, man Sorry, aber das Ich sag ja wirklich Das Wort ja selten, ne Aber das verstehe ich Unter Huse und Sohn Aber ich sag's trotzdem nicht Gott, alter Das ganze Spiel Jeder weiß, dass er dort ist Er kämpft immer noch Oh mein Gott Wie erbärmlich aber auch Immer wenn ich so rumschläge Komm ich mir ein bisschen vor Wie Ello Tricks, alter Ich mein, das kann ja ganz witzig sein Aber Das geht auf meine Stimme Und ich will meine Stimme Eigentlich nicht unnötig belasten Natürlich spawnt jetzt Jeder meiner Teammates hier Ja, ich kann Ja, mach gar nichts Ich kann auch dasselbe tun Du Loser Gut gehen wir hier weg Sonst sterben wir so oder so Die campen alle dort hinten Jetzt ist schon wieder Diese Scheiße, alter Am liebsten Sniper mitnehmen Das ist echt geil hier Nice, danke Ich nehm mal die Sniper mit Aus Spaß Ich denke hier sollte mich Niemand sehen Oder es muss ein Doublekill geben Nice, nice Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne Oh, was mein Payflow ansichten würde Scheiße Ich will es gar nicht wissen, alter Ja, der Camp ist auch logisch irgendwie Er hat Angst, dass er dein Leben Den Bach runter geht Er hat gar keinen Bock drauf Auf die Scheiße Gott, ich liebe diese Waffe Die ist OP Naja, was heißt OP Die ist eigentlich nicht unbedingt stärker Als die OP oder so Und auch nicht stärker als die Farmer Sie ist einfach nur Ich bin einfach nur zu gut Das ist genau das Ding, ja Ich bin einfach nur zu gut Für dieses Spiel Der muss sterben Macht dir nichts draus Jeder muss irgendwann mal sterben Die kommen hundertprozentig alle hier lang Weil das dumme Trottel sind Kann ich euch jetzt schon sagen Oh, Klette Cool, habt ihr es gesehen? Der wurde geohnt, meine Freunde Gebt mir meine Pratt ab Vielen Dank Oha Oha Gott, wie dumm die auch sind Komm, gib mir meinen Payflow, bitte Schneller bist du Nicht schneller Schneller Ich habe echt kein gutes Gefühl Ich hatte dabei Mach einen Kill, bitte Ja Endlich Jesus Was zum Problem ist Mal gehen muss Height, die Mail Jetzt darfst du mich töten Genau Dieser Hunde Junge Bangle Keine Ahnung Wie auch mal ich ihn nennen soll Der gammelt hat die ganze Zeit Sünde Ich meine, ich kann es ihm auch Ein wenig übel nehmen Ist halt schlecht, ne Nice Vorhin der Abschuss Säde gestoppt Wahrscheinlich von der Zone Sein Leben muss keinen Sinn mehr machen Nein Wie ich es hasse, Alter Ich hasse diesen Spot Mit dem sollte ich mich lieber nicht anlegen Nice Sein 37, meine Freunde 33,7 Wenn ich mich wiederholen darf Oh, war das knapp Oh mein Gott Habt ihr es gesehen? Fast gestorben, Alter Nice 38,7 38,7 Nice, Mann Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll Also ich glaube, das geht nicht Das darf man nicht Nee, geht gar nicht Kommst du Gamescom Nee, ich komm nicht Geh ich komm, Alter Kommst du zu Gamescom Kann man nicht nochmal reden Wir lieben deine Muskeln Oh, da Naja, also Ja, viele Leute lieben meine Muskeln Sagen sie mir immer und mal wieder Bist du gerade Voller Zoo Ja, bin ich Grüß mal Dazio, diese Schwingtitte Wer ist Dazio? UG ist ja Eine meiner Lieblingsporno-Seiten Hi Danny Hey Nein, ich bin der Faker Ich weiß nicht, ob ihr den hören könnt Aber der kennt mich Voll cool Ich liebe deinen Was liebst du? Deinen Punkt, Punkt, Punkt Es sollte ein Burnage-Eis geben Alles klar Hörst du mich? Nee Ach, liebst du mich meine ich Äh, weiß nicht Hey ho Danny Hey Alle hallo Alle neuen Zuschauer Die würde ich gerne begrüßen Und hallo sagen Weil die alle sind cool So richtig cool Die hier mit dabei sind Alle mögen Steckers-Eis Genau wie ich, ja Mal sehen, wie lange ich wir Streamen sie eigentlich jetzt schon Ich würde mich mal interessieren Wie lange ich eigentlich streame Wir sehen den Füro Wo sind die denn alle, die Gegner? Wie viele Gegner haben wir hier eigentlich? Sechs Stück Oh mein Gott, was? Also wenn ich jetzt sterbe, dann what the fuck Hä? Ich weiß nicht wo Tut mir leid Hä? Kann mir jemand bitte erklären, wo die Gegner sind gerade? Ich weiß es nämlich gar nicht Was zum Beispiel geht die Vorsicht? Hatte ich ja noch nie Ich finde keine Gegner Wir sehen den Füro Nein! Fuck! Gott, wie ich es heiße Von Sniper gekillt zu werden Das ist gar nicht mehr witzig Meine Freunde Das ist nicht mehr witzig Oh mein Es laggt Seht ihr das? Also wenn ich durch so ein lag sterbe Dann ist es vorbei Tut mir leid, es laggt Schaut euch das mal an Hausmitration Bitte, Hausmitration Bitte, Hausmitration Bitte, Hausmitration Bitte Ja, Mann Endlich, der Bastard, Alter Der kann sich keine vernünftige Internetleitung leisten, Alter Okay, Hausmitration abgebrochen Kann ich nichts für, Leute? Gut, ich denke, ich bin dann in den Stream auch bald So in drei Spielen ungefähr Ja, zwei, drei Spiele mal sehen Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt geht Steht hier irgendwo die Zeit oder sowas? Ich weiß nicht, wie lange ich schon streame Ich habe keine Ahnung I don't even know anymore, to be honest With you guys Kommst zu Videoday? Nein Ich komme nicht zum Videoday Wahrscheinlich nicht Gott, wir sind mittlerweile schon Level 28 Sehr, sehr schön Es fehlen noch sieben Level Dann können wir uns Die AC 130 oder den Chopper gerne gönnen Ich denke, dieses Mal werde ich mir den Chopper gerne gönnen Ich habe damals immer mit der AC 130 gespielt Ich denke, das wird sich zwar nicht ändern Aber ja Schreibt mir mal bitte In die Kommentare, wenn ihr es auf YouTube seht Oder jetzt in die Livestream-Beschreibung Also in die Kommentare im Livestream Wie ihr die Qualität des Mikrofons findet Oh mein Gott, ich würde gerne Aber ich kann jetzt gar nicht die So, du musst sterben Oh mein Gott, da ist einer Nein, oh, ich wusste, dass ich sterben werde Gut Gut, also normal Gut Gut, gut Gut, sehr gut Perfekt Die Qualität ist Okay Okay Also Die Qualität ist zwar ziemlich einzigartig Aber viele sagen, sie ist halt gut Bearbeitet klingt sie noch besser Das ist aber bei jedem Mikrofon so Es gibt kein Mikrofon, was sich so richtig perfekt anhört Das geht nicht Weil die menschliche Stimme sich auch nicht So richtig überziehen Basslastig anhört Das muss man halt mit dem PC ein bisschen editieren Das mache ich persönlich Dann arbeite ich Aber ich habe es noch nicht zu 100% drauf Also ich kann noch nicht Perfekt editieren oder so Was geht Oh Gott Ach, die campen jetzt schon wieder Ich mag die im Allgemeinen eigentlich schon Eigentlich Spawn jetzt alle da hinten Alle spawnen da hinten Ja, das tun sie das Gott, wie viele Leute spielen hier eigentlich mit Sechs Leute, wow Nein, ausstelle euch das mal vor Fuck Ich hatte halt einen Vorteil, weil ich hier mit dem Headshot erwischen hätte können Okay, gehen wir hier weg Hat keinen Sinn Ich werde mal einen kleinen Besuch abstatten in diesem Haus Verdammt Sag mir bitte nicht Okay Ich werde nie Host Also in letzter Zeit werde ich gar nicht Host So wirklich Ich weiß nicht, wieso Ja, Polska, genau Mhm Ich liebe dein Viehack Ich liebe dein Viehack Wieso, wieso Ich liebe dein Viehack Wieso steht der Viehack Ich liebe dein Viehack Leute, ich liebe euch eure Kommentare zu lesen Die sind immer so drogenabhängig, Alter Der hat eine Claimer platziert, der Loser Kannst du dir gleich abschminken, mein Freund Oh, das kann ja nicht wahr sein, langsam, ne Ich liebe deine AC oder ACR Vielen Dank Ich würde sowieso mal ein bisschen mehr mit der ACR spielen Haben wir erst ab Level 48 Wird noch ein bisschen dauern Ich denke, wir werden ein bisschen mehr Livestream Sehr, sehr schöne Waffe, Leute Eine verdammt gute Waffe Schau mich das mal an Oh mein Gott Die ist wirklich OP, Alter Ernsthaft Na gut, jede Waffe ist hier irgendwie OP, ne Nice, Aufklärungsdrohne ist sehr, sehr schön Habe ich ein bisschen mehr die Übersicht von dem, was hier gerade abgeht In diesem Game Nice, vielen Dank Wir spawnen sogar einen richtigen Flecklader für eine Predator Oh, den hätte ich bekommen müssen Fuck Lieber der A230, keine Ahnung wie Ich weiß manchmal nicht, wie meine Teammates überhaupt diese Killstreaks bekommen Oh mein Gott, mein Akku war leer Mein Akku war leer, ist klar Mann, bin ich hell nicht süchtig, Alter Und falls hätte ich mich mit meinem eigenen Harrier gekillt Nein Kurz vor Payflop Weiß mir gar nichts Ist mir egal Schaut euch mal, wie mein Team hoch aus gewinnt, Alter Schaut euch mal, wie mein Team gewinnt, Leute Schaut euch das mal an So Genau Das geschieht jetzt eigentlich, Doppelabschuss Yeah, Mann Oh, hi Du schon wieder Gott, der Typ, der wird uns noch öfter vor die Quere kommen Das heißt, ziemlich verzweifelt zu sein Ja, der ist definitiv verzweifelt So, mal sehen wir, wie wir hier haben Der Typ kämpft da Also ich kann öfter livestreamen Ernsthaft, ich kann meine Spiele immer livestreamen Wir können gerne eine bestimmte Uhrzeit ausmachen Und dann können wir um diese Uhrzeit livestreamen Allerdings nicht zu lange Ich kann nicht immer Ein paar Leute denken, ein Livestream, der geht immer 20.000 Stunden Das stimmt gar nicht Ein Livestream kann auch nur 20 Minuten gehen Ihr könnt es ja so machen, dass ich Ein Vlog mache in den nächsten Tagen Wo ich euch mal sage, eine bestimmte Uhrzeit Dann streamen wir immer Gut, das wird mir übrigens jetzt mal Das letzte Spiel sein Nur wegen dir habt ihr Hochhaus gewonnen Dankeschön Hochhaus, ich mag auch Hochhäuser, ja Ob ich den Livestream auf YouTube hochlade, das sehe ich dann Ich denke aber schon Klar, wieso nicht Geht ja nicht so lange So lange Videos Ich weiß gar nicht Wie lange streame ich? Gott, ich habe gar keinen Plan Von der Zeit Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr drauf achten Ich hätte mal so eine halbe Stunde Oder sowas, ne? Sollte auch vollkommen reichen, denke ich Ich könnte den Part Ich streame auch in zwei Parts Oder drei Parts oder teilen Wenn er zu lange geht Ja, entweder meine vorletzte oder letzte Stunde Mal sehen Ich meine, das dauert sowieso in Modern Warfare 2 So lange, bis wir endlich Level 70 sind Das dauert so lange Und damals habe ich sogar 10 Mal Prestige gemacht So süchtig war ich, wirklich Also ich habe damals sehr, sehr viel gesuchtet Und, äh Gut, dann lasst uns mit der Ja, mit der Tavi das Spiel Ich habe gar keinen Bock auf die Farm Die Farmers im Moment Die Tar ist schön und geschmeidig Danke dir, ich bin so glücklich Dass ich einmal im Leben besser als die Farmers sein kann Ja Ja Du mich auch, Tar Du mich auch Wir sind in Führung Nice Wir haben ihn getötet, den Loser Nein, nein, von wo? Nein Fuck Da habe ich mich mal konzentriert Und dann passiert sowas immer und immer wieder Streamen ist eigentlich viel besser Als YouTube-Videos machen, ne? Streamen kann man immer mit den Zuschauern interagieren Das geht wesentlich besser Aufrag Nein Wie leicht kann man sein Und auch zu mir laufen Und mich messern Anstatt mich einfach abzuknallen, Alter Was für ein dummer Spasti, Alter Ist auch schon jahrelang her Dass ich diese Map überhaupt gespielt habe Was? Ne Ja, das wird ein Vierfackel geben Wie dumm kann man überhaupt sein, Teammates? Wie dumm kann man überhaupt sein? Die Leute sagen ja immer Ich bin dumm Ich mag jetzt Guck mal, ich will ich das Oh Also meine Teammates sind die dümmsten ever, Alter Ich wollte ja gerne meinen Teammates Bisschen helfen beim Schlau sein Aber die sind halt zu dumm, um schlau zu werden, Alter Sorry, aber ist so Jetzt feind ich auf Die geben die ganze Zeit den Gegner killstreak Dagegen kann ich nichts tun, sorry Die haben nur elf kills gemeinsam Die Gegner haben schon 24 Oder keine Ahnung wie Ein Punkt ist 100 Ein kill ist 100 Punkte, ne? Ja, fuck Äh, ich habe das Rode Podcaster gekauft Weil eine fragt, was für ein Mikro von ich habe Das Gute ist, wieso ich mir das geholt habe Von der Qualität ist es nicht unbedingt besser Als die Mikros, die ich davor hatte Aber Es hat zum einen einen integrierten Popschutz Die Mate, bitte hilf mir doch einfach Musst du nerven? Ja, es kann nichts machen Dieser Bastard, Alter Der kämpft dann die ganze Zeit drum Wie so ein Loser Motherfucker, Alter Fand ich jetzt zu 130 Läuft bei den Gegnern, Alter Teammates sind halt so scheiße Schaut euch mal den Score meiner Teammates 5 zu 8 Oh mein Gott 0 zu 9, 0 zu 4 Sag mal, die boosten, ne? Ich glaube mal nicht so, dass die boosten Ja, ich denke die boosten, Leute Ich weiß noch, wo der eine ist übrigens Ja, ich sterbe leider Aber ich weiß, wo der eine ist Da ist der ganz hinten Dem würde ich mal gerne einen Besuch abstatten Dem Bastard So, da gehe ich mal kurz hin Dem mal kurz einen kleinen Besuch abstatten So Ich glaube die boosten kann das sein? Ne, ne? Mein Team, ich meine Wie kann man 0 zu 10 haben? Das verstehe ich nicht ganz Keine Ahnung Wisst ihr, was ich meine? Kann ich irgendwie nicht verstehen Alter Schwede Das ist ein kleiner Bastard, Alter Er denkt, er wäre gut mit seiner Farmers, Alter Er denkt, er wäre so gut wie ich mit der Farmers Ach ja Diese Gegner, die richtig schlecht sind Das können wir alle, ne? Sorry, ich kann leider nicht Guck mal, der eine hat nur 1 zu 10 Und 0 zu 7 Die besten Teammates ever Die besten Teammates ever Ei, 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 ei Wir werden hier misshandelt von den Gegnern Aber ich bin ja nicht derjenige, das schlecht ist wenigstens Das sind ja meine Teammates, die richtig schlecht sind Die missporten Die können halt einfach nicht spielen Aber das ist gar nicht so schlimm Bitte kill mich mit der Prater Oh, total schade Ich dachte, ich werde gekillt Das wäre richtig geil, Mann Denn die müssen auf der Gamescom Nein Ich wiederhole meine Antworten immer wieder gerne Weil paar Leute neu dazukommen Paar Leute gehen wieder weg Paar Leute kommen dazu Es sind immer neue Leute am Start Deswegen kann es mal sein, dass ich die eine oder andere Frage Nach paar Minuten wieder beantworten werde Weil die Frage so oder so kommen wird Ob ich auf der Gamescom bin Ich kann nichts machen Leute Sorry Ich würde gerne was machen Aber es geht nicht 2800 Punkte Oh mein Gott 2800 Punkte Alter Also so stark habe ich auch noch nicht verloren So stark habe ich als ob noch nie In meiner NB2 Karriere verloren Noch nie Alter Ich soll euch das mal an 2-8 Zu 7-5 Alter Ich soll euch mal die Scores meiner Teammate an 0-11 hat der eine Jeder im gegendischen Team ist positiv Sogar die schlechtesten Mit sogar der mit Face im Klaren Deck Ich bin Neuzahl Alter Schwede Wie krass schlecht Alter Ach ja Bist du auf der Gamescom Nope Nopei Dope Dope Nope So was haben wir für neue Waffen Habe ich auch gar nicht nachgesehen Letzte Zeit Die OMP Dafür haben wir was freigeschaltet Die Pfahl habe ich freigeschaltet Die M41A Dafür haben wir dann noch kein Rotpunkt Visier Wäre aber auch eine gute Idee Das mal hier für freizuschalten Gut Dann In einem Level sind wir Level 29 Das bedeutet wir haben Ninja freigeschaltet Dann gibt es wieder mehr frei für alle denke ich Ist es per USB oder läuft es per Mischpult Dieses Mikrofon läuft per USB Ähm Ihr könnt auch mit einem Mischpult was Was aussuchen Aber im Großen und Ganzen Die Qualität ist irgendwie genau dieselbe Aber dieser Typ ist richtig schlecht Der denkt der wäre richtig gut Der campt die ganze Zeit Bitte spammt ihn mal voll Sagt ihm wie schlecht er ist Einfach so Hat keinen Grund Ich hoffe ich komme wenigstens in ein gutes Team Mit welchem Programm streamst du? Ich streame mit Xplad Ja aber ich kann euch wenn ihr keinen guten PC habt Open Broadcast empfehlen Ist auch gleich gut eigentlich Und kostenlos Open Broadcast Xplad ist ein bisschen Ja ein bisschen gemütlicher finde ich Also Es lässt sich alles ziemlich schnell machen Ihr seht diese Abonnieren Habe ich nicht geschrieben Ja ich dachte ich habe das Abonnieren falsch geschrieben Das Abonnieren und sowas Und so weiter und so fort Das lässt sich halt alles ziemlich gut machen Geht auch Natürlich geht auch mit Open Broadcast easy Also Nehmt sich beide irgendwie gar nichts Nehmt sich beide gar nichts So Erste Kill für mich Vielen Dank Ich kann jetzt leider gar nicht einschätzen Wo die Gegner sind da hinten Ah der Huren Bastard Genau der Huren Bastard Das ist das beste Wort ever Der Typ killt jeden Haha Du Missgeburt Was denkst du da bist eigentlich Überleg dir zweimal gegen wen du hier spielst eigentlich Du Loser So Vielen Dank für die ganzen Kills Ich weiß es zu schätzen meine Freunde Ich weiß es zu schätzen Ich brauche einen Ninja Ernsthaft Ohne einen Ninja Es ist echt eine Qual Mit Ninja bin ich so viel besser Nein Oh Von Wisst ihr was Ich habe gar keine Übersicht gerade Nein Wisst ihr was Es geht mir so auf die Nerven Diese Bastarde Vor allem mein Team ist auch so richtig schlecht Da hinten Da hinten Da hinten Nein okay Der ist tot Der ist tot Soll ich hier warten Ne ne Ah das ist nicht so eine gute Idee Ich schaue mal hier kurz mal rein So Diese Sniper sind gefährlich Meine Freunde Diese Sniper sind gefährlich Ich gehe mal hier lang Oder werfe mal kurz Nen Samtex hier rüber Kannst du nicht mal deine Fresse halten man Dass die Leute mal in den Lobbys reden müssen Gott mein Nasio gerade in dem Moment Ich würde so gerne kratzen ne Ich wünsche in dem Moment Wärt ihr einfach hier und würdet kratzen Das war ein Traum für mich Ein Traum wäre das Ja Wo sind die ganzen Gegner hin Mein Gott alter Ich würde gerne meine Predator Oder sowas bekommen aber Ah fuck Jetzt habe ich mich Auf der Karte gezeigt Ich dachte das wäre ein Gegner Wo sind die denn jetzt Bitteschön Wo sind die denn Bitteschön jetzt Nein Fuck Fuck Scheiße Ein kurz vor Dings da Mein Team sackt wieder richtig Mein Team verkackt einfach die ganze Zeit Was ist denn da los alter Wieso sind die so schlecht Bitteschön jetzt Bitteschön jetzt Das sind so Treyharder, nenne ich die. Nein! Ich war schon kurz vor der Predator und dann musste ich sterben. So nervig, Alter. Da ist doch jemand, Teamate. Siehst du ihn nicht? Wo ist er? Da ist er. Hä? Auf, da, von da, von da, von da. Komm schon, Teamate, komm schon. Komm schon, Teamate. Oh, cool! Ja! Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Verdammt, nein! Okay, er wird mich niemals angreifen. So dumm kann man ja nicht sein, ne? Ich stelle mich mal hier hin. Verdammt, hab ich da das Schiss, Alter. Ich kenne mich auf diesem Map im Moment nicht mehr genug aus. Ich habe keine Ahnung, wo die spawnen und sowas. Nice, 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 nice. Endlich, Mann. 14,5. Weil ich hier Harrier fack. Oh nein, ich meine Kill. Ja, ich habe gekackt. Ich würde sterben. Oder auch nicht. Man kann auch unter der Harrier bleiben. Zum Beispiel, so wie ich jetzt gerade tue. Oder man kann reingehen. Ich denke, ich werde unter der Harrier bleiben. Oder mich immer entgegengesetzt zu hier drehen. Das erfordert jetzt sehr, sehr viel geschickt, Leute. Na, das wird eigentlich nichts. Ich muss hier bleiben. Ich kann mich nicht bewegen, sonst sterbe ich wegen der Harrier. Ja, der Typ wird sonst den Nuke bekommen. Ich verstehe nicht, wieso mein Team so schlecht spielt. Hoffentlich wird mein Harrier den anderen Helikopter schützen, um zu stören. Das Beste, in dem Moment, was wir tun, kann ich einfach nicht spawnen. Ja, die haben wir verloren. Mein Team ist so schlecht immer, Leute. Ich bin positiv. So ist es nicht. Ich bin positiv. Mein Team ist einfach so richtig schlecht. Will jemand einen harten Penis? Ja, ich bitte. Nein, Spaß. Hast du Wii U? Wieso macht ihr es immer so einfach? Könnt ihr nicht normale Sätze schreiben, bitte, Leute, bitte. Gut, gehen wir erstmal aus der Lobby raus. Der Typ, der ist ein Dooser, aber ist gar nicht so schlimm. Gut, letztes Spiel für heute, aber wirklich letztes Spiel. Und dann ist es gut. Aber gehen wir hier nochmal raus, der Typ. Ich habe das Gefühl, der joint mir immer nach oder ich joine immer in sein Lobby. Ich habe keine Ahnung. Fuck. Ich bekomme die schlechtesten Lobbys. Warum gehst du nicht zu Gamescom? Weil ich in dem... Also zum einen habe ich gar keine Lust dieses Jahr. Aber das ist nur ein kleiner Grund. Denn ich glaube, ich würde so oder so gehen. Komm, hier gehen wir nochmal raus. Das letzte Spiel soll nicht so enden mit Payflows. Und mein Team ist halt richtig schlecht, ne? Aber ist ja auch vollkommen egal. Ich habe nicht nur... Nicht so wirklich Lust. Das ist ein kleiner Grund. Ich glaube, ich würde so oder so hingehen. Selbst wenn ich keine Lust hätte. Aber... Ich habe in dem Moment einen Umzug. Und ich habe Führerschein und so weiter und so fort. Ich bin 19. Ich habe noch keinen Führerschein. Mit 19. Da muss ich meiner... Da muss ich meiner Kopf fassen. Obwohl es ja gar nicht so schlimm ist oder sowas. Aber ich brauche einen Führerschein, weil... Ich mag es allgemein nicht, Bahn zu fahren mit Menschen, die ich nicht kenne. Ich mag es allgemein gar nicht, wirklich allgemein mit Menschen abzuhängen, die ich gar nicht kenne. Einmal, ich war am See mit ein paar Freunden. Da kamen erstmal andere Leute an, die ich gar nicht kannte. Ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht. Ich will mit Leuten, die ich nicht... Die ich nicht kennenlernen will, nichts zu tun haben. Ich lerne... Ich will die viele kennenlernen. So ist es... Nein! Oh Gott, dieser Pisser. Mein Gott. Wie ich wieder sterben muss heute, Alter. Aber so Leute... Zum Beispiel, da kommen so Leute an irgendwie an See. Damals war das... War vor einem Jahr. Dieses Jahr bin ich nicht so oft am See. Ich bin viel zu beschäftigt. Mit meinen Videos, mit meinem Training und so weiter und so fort. Da bleibt halt nicht immer Zeit für sowas. Ähm... Und da kamen Leute, die kannte ich gar nicht. Ich dachte, ich mir sowas wollt ihr hier, Alter. Ich dachte, wir zielen hier alleine. Bin ich gleich nach Hause gegangen, Alter. Außerdem mochten die Mars-Eyes. Das war das Problem. Die mochten Mars-Eyes leider. Ja, genau. Oh, verdammt. Nein! Was? Was? Oh Gott. Wie... Was für ein Pech ja bei euch habe. Wir haben die Führung verloren. Bounty-Eyes. Ja, ja, definitiv. Vielleicht unterteile ich das auch in Parts. Oder ich lade einfach die ganzen Livestream. Auch mal sehen. Oh Gott, komm schon. Wir haben die Führung verloren. Was? Was für ein perfekter Loser aber auch. Was für ein perfekter Loser. Das kann ja nicht wahr sein, ne? Also das ist ja schon wirklich peinlich, gerade, was sie hier nach hier abziehen. Ach, ganz schön, ja. Wir verlieren schon wieder, Alter. Das geht gar nicht gut auf meiner Team-Win. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich habe 9 zu 7. Ich kann halt nichts machen. Ihr seht's, Leute. Ja, seht ihr? Ich kann wirklich nichts machen. Das ist unfair. Ihr seht's. Ich lege mich da auch jetzt gar nicht so drüber auf, so versöhnlich, weil... So, das nächste Mal, wann ich streamen werde, ist wahrscheinlich morgen. Ne, ne, morgen falsch. Morgen kommt The Last of Us Remastered raus. Äh, da werde ich den ganzen Tag let's playen. Da mache ich keinen Livestream, leider. Morgen lade ich halt dieses Video hoch. Also heute schon. Schalte es morgen frei. Morgen werde ich den ganzen Tag let's playen für meinen Let's Play-Kanal. The Last of Us Remastered, wenn wir spielen. Was sehr, sehr schön sein wird. Ich bin sehr aufgeregt. Und sehr gespannt, wie die Grafik aussieht. Alter Schwede, wow. Es ist nur ein YouTuber, Alter. Alter. Das Spiel werden wir auch wahrscheinlich verlieren. Sehr wahrscheinlich sogar. Sehr, sehr wahrscheinlich, meine Freunde. Da hinten ist einer. Alle befinden sich jetzt hier gerade aus unserem Team. Alle. Jeder ist hier einfach. Nur eine Sonate hier rein und, äh, hier explodiert alles. Ohne Witz. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit Harry an der Luft. Ich kann halt leider nichts machen dagegen. Sorry. Ich würde ja gerne, aber campen alle nur rum. Immer am selben Spot. Schaut euch das mal an. Wie dumm. Guck mal den an. Schaut euch mal den an. Soll ich den killen? Weiß was, was sollen wir mit anfangen? Einfach vielleicht ein Arschschießendes Arschloch, mein Freund. Ja, ich könnte ihn kurz. Bevor ich noch getötet werde oder ihn nicht töten kann. Oder keine Ahnung, bevor er noch einen Nuket bekommt. Bis jetzt wurde ich nur sehr, sehr selten mal genuket. Also ich glaube einmal bis jetzt. In meinem gesamten Leben. Nein. Nice, Predator. Oh, ich... Da, das hat er... Der hat mich gemessen. Wir haben wieder verloren, leider. Gut. Das war's auch für den Livestream. Vielen Dank für's Zuschauen. Für die ganzen Leute, die das... Schleiften, kommentieren, nicht vergessen. Abonniere jetzt. Um in der Sondation. Weitere Bildung. Nee, ich bende den Livestream jetzt. Gleich. Keine Ahnung, wann. Was soll score ich überhaupt? Ich bende den gleich. Ich bende den gleich. Ich bende den gleich.